dass ich sie nicht mehr brauche jetzt wahrscheinlich sowas und bereuen sagt mir bitte dass das der letzte raum war die ich mir vorher schon gemo... weißt du... äh... ok was war das? alter wie groß ist denn der hof? ei 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 wehe ich lieben wie denn es ist sehr gut kann ich mir so nicht mal langsam vorbei sein? das wurde witz! heftig! what? a hideous mutation unnaturl ich glaub ich hab nur was gef... ich glaub ich hab nur was gefunden äh... Hilfe? was ist das? ok what the? WT was zum... hh? ok 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 ich... ich habe schon alles gesehen aber ich gebe zu das... ist schwer zu toppen oh mein Gott das wird jetzt heftig das wird jetzt heftig was? was? wollte sie auch noch mal... ach nein... ahhh... es war nicht wahr... das wird nichts... meine gesamte gruppe wirklich drauf wir brauchen ihn wahrscheinlich ach... es ist ja verlaufen ach... es ist ja verlaufen weißt du noch an der Schleur des Todes? das ist nett ach... komm mal rein... worauf sie... echt... ETF für zwei Runden super gut der Kopfgeld einfach ordinal macht dann ordentlich schaden ja... hat es auch gemacht... unter Trung MEÄh... Perfektes Rappen. Äh. Äh. Also. Ähm. Ja. Scheiße. Ist da Kopfgeld ein? Äh. 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 Keiner blutet mehr. Dann äh. So rüber ein bisschen gegen zu heilen. Ich muss ja nur verhindern, dass sie nicht mehr an der Schwert des Todes sind. Genau in den richtigen Gehalt. Genau in den richtigen. Das ist es nicht so richtig. Okay. Was kommt jetzt? Meinetwegen. Wunden lecken. Das Ziehbahn wieder hinten sind, ist vollkommen okay. Lauernde Angst. Ach. Der verziehen sich noch hinten. Schwächen. Äh. Schaden und Abwehr. Meinetwegen. Ah ne. Der ist nicht mehr gebannt. Egal. Okay. Noch ist er mal genug, dass ich auf ihn agieren kann. Nicht gut. Oh Gott sei Dank. Das ist nicht optimal. Aber okay. Das ist eigentlich ganz okay. Mhm. Okay. Okay. Ja gut. Nicht gut. Okay. Das ist gerade echt anstrengend, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht. Äh. Nicht anstrengend. Äh. Äh. Jetzt kann ich nicht von vorne. Na gut. Dann vorsichtig der Stich auf ihn. Versuche ich ihn so schnell wie es geht klein zu bekommen. Weiter. Okay. Okay. Ist es daneben. Oh Gott. Das kann jetzt. Nochmal untertauchen. Solange er nicht treuigste wird angreift. Na mal um zu. Kein ist kacke. Äh. Natürlich geht es daneben. Nicht treuigste. Okay. Sieh. Da kann ich noch gegenwirken. Oh boy. Wahrscheinlich kriege ich gleich diesen nach diesem Kampf das Achievement mit vier gequälten Helden eine Mission abschließen. Warum bloß? Ich weiß nicht. Ich hab's irgendwie ein Gefühl. Mhm. Was machst du denn? Oh. Oh Gott. Und sie blutet. Das ist nicht gut. Okay. Ist unbenünftig. Aber das ist ein Problem. Aber das ist ein Problem. Reeling. Gasping. Taken over the Earth. Fertig. Okay. Oh gut. Ich hab noch mal schon gehabt. Ich kann es zumindest von der Zeit des Todes schützen nochmal. lauernde Angst. Kann es noch hinnehmen. Ja gut. Meidwegen. Aber. der Schnitt. Vielleicht gilt's. Wenn's getroffen hätte. Okay. Ich kann ihn jetzt töten. Yes. Holy shit. Was war das denn bitte? Schönen Court. Ne. Ach. Schönen Court. Da löwenen. Kriegsbemalung. Kriegsbemalung. Nett. Was? Was ist das denn allein und losgestellt? Oh mein Gott. Wow. Heftig. Das schaffte ich nicht mal auf einen Portrait. Das war es nicht. ich bin weg ich hau ab was war das ich hätte diese dinge an die er brennen müssen heftig falsch hast du vermisst und zwei zwei meiner leute haben diesen blutfluch weil ich keine ahnung was er macht sehr schön meine glauben dass nur eine ummenge am blut und leicht die krankheit anteilen kann hier ist niemand hier ist jemand ist ein teil dazu beiträgt ich habe nun doch jedes blutgeißel das heißt also ich habe jetzt nicht in time you will know the tragic extent of my failings bin ich verwirrt da muss ich ihn von hier aus mit dem ok dann muss ich meine kutsche auf dass ich das fleisch ist wirklich neuerung schafft okay was mache ich mit euch wie werde ich dir wieder los ich glaube es war schon fast besser wenn ich die drei einfach kündige ohne witz also dann habe ich hier dass man sie dann unhold hier so dem ruhig auch auf leveln komm wirst du was hin entlassen aber vorher nicht noch das zeug wieder ab ist ein bisschen hart gebe ich zu aber zu teuer die wieder auch zu rappeln die sind das was die haben ist es nicht rechtfertigt das nicht ich habe keine ahnung was ich mit dem blutfluch machen soll send this one to journey elsewhere we have need of sterners dock heftig another soul battered and broken kasten unheutern mitnehmen na komm warum nicht barbaric rage and unrelenting sabbatry make for a powerful ally wow einfach nur wow testet behalte ich es noch also da wasser aber nee 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 ich weiße war ich noch besser auch vernünftig ich hätte sie ja genauso geknönt die ging aber die ist kurz weiter mit drei dazu was anderes die andere waren ja nicht mal kurz weiter mit drei oder so aber ich kann es noch mal machen für die quaren okay das problem ist kann halt sie ihn nicht in eine gruppe mitnehmen da müsste ich dann den da müsste ich dann grey mitnehmen ah oh da will man rein da ist noch jemand der noch eine krankheit hat so einladung des baron ein anlagen zu einem armen voller spielunterhaltung gezeichneter baron ok kann man sich hier unter vorstellen jetzt weiß ich in etwa was auf mich zukommt gut ok dann auf jeden fall du du warst eigentlich auch nicht das mit seinem konterpart so was kannst du eigentlich für einer menschlechter taktumanie besessen von töten fix und fertig das fleisch handgefertigte pflege zorn und peitsche und stresse um 40 erhöht ok koste peitsche nur 36 30 prozent gibt es noch mit dem fernen freifelsreferd ok warum stress erhöhen ergibt keinen sinn wie funktioniert der nahe kam präzision geschaffen ok bluten vier punkte ok wieder schön gegen blut die schwächen ok foltern andere runde ok ok gilt bei lp unter 50 prozent erlösen und bei den markierung auf das sieht auf dem bluten übertragen gifte auch übertragen ok der ist interessant wie ich mal aus wenn nichts stresst denn hat ah verstehe dann mache ich den erstmal normalen quest was zum hink ja meine charaktere können sie verpielen werden ok wenn wir wieder zeit dass ich eine quest abschließende heftig aber gut zu wissen dass der ruf wirklich eine etwas heftigere mission ist also jetzt auch beschädigt zu bekommen ich habe es gerade erlebt heftige heftige scheiß so gut perfekt da haben wir die erste schaufel nicht so schön wie funktioniert der flagge land dafür sieht aus wie ein selbstgeist erhalten wahrscheinlich bedeutet flagge land auch sowas in die richtung haben wir eine normale mission so wie sie kennen uns gewohnt bin das ist doch schön trotzdem würde ich dann nachher vielleicht noch mal den hof ausprobieren hier brauche ich heute noch mal probieren sehr schön einheit noch mal das ist nein das ist nicht so nice das ist 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 soll ganz ehrlich bin ich bin sehr zweifelhaft gegenüber ich habe nichts für vorne egal das ist egal obwohl das geht noch so strachen wie noch mal interessant interessant ja 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 die andere fähigkeiten ist jetzt auch nicht schlecht weniger schaden das aber mehr denn wir denken hätte ich mir denken können habe ich aber nicht erst getan habe also weg was von mir ja so gut noch mal obwohl der flange land ist der ist erledigt so fordern ich verstehe okay der macht regina auf ein aber er selber kann dadurch bluten bekommen es ist ja ähnlich wie die unheilige heilung bei grey interessant hat seine vorzüge definitiv das ist kein vorzug das ist aber nur schmerzhaft nicht so nah es ist allerdings die tatsache das ist markt wenn ich mitnehmen kann sie sind schon das ist mal wieder das schwächste von allen mein vermieter bevor ich das zeug wegschmeißen kann ich genauso das einsetzen meine vermieter gerade immer genau mit ab so kann jetzt mit einer chance sehr geringe aber sie bestand schlecht ok 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 dass sie jetzt leidens das ist auch gut übertragen gibt auch übertragen selbst sie markieren das hat mir wieder schon gegen todesstoß aber schlafen wir noch mal lieber auf wien da das ist beim dagegen man bewegt wenn ihr die zeilung heute markieren auch nicht auf ihn das ist nicht so dual ach komm schon das ist zu stärker ah wegen deinem das hier ja 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 der ist echt nicht schlecht kann ich auch noch sagen so schön ist mir noch mal vortragen das ist einfach solche ich kann nicht anders sagen als dass die klassen mir sehr gut gefällt bisher ziemlich cool ich habe das gedacht wir haben die zielte nicht gehalte heilung einer heilende heilung war sich das gedacht Na komm, vielleicht soll ich den hinten nochmal. Meno! Na gut, okay. Super. Also ich würde heute nichts anderes machen, als sie zu heimlich ist, wenn es so weitergeht. Ja, dachte ich mir. Und dann noch ein Crit. Nice. Vollschiete. Na komm, damit schlafen wir die beiden. Das geht doch. Das geht doch. Das geht doch. Warum nicht gleich so, ne? Ja, sie juckt. Das ist ja nur ein Punkt Heilung. Ah, was ist das nicht? Läuft bisher überraschend gut. Ich muss sagen, bisher, also die Fähigkeiten, die ich da mitbekommen habe, die sind nicht ohne. Die sind schon nicht schlecht. Die sind weg hier. Sehr gut. Irgendwie mal halt dann dort. Ah, okay. Dann, ähm. Ah, die finden noch einer. Kann als zwei, natürlich. Natürlich hat es dann zwei. Egal. Gently. Gently. This is how our life is taken. Okay. Ja, die kann ich so nur verzichten. Aber an den Drupinen auf jeden Fall. Und zwei Urkunden. Da geht das Ganze wieder hin. Wie immer. Äh. Secrets and wonders can be found in the most. Okay. Bestienschlechter. Okay. Schlecht. Schlecht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Verringte Schultern ist nicht schlecht für Nahkampf. Ah, gut. Das ist, äh. Das ist okay. Die hat eh keine Nahkampfskill geradeaus gerüstet. Ich habe wieder viel zu viel verkauft. Ich habe gemeinsam viel eingekauft. Man merkt, dass ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. Woran bloß? Sarkasmus. 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 Ich glaube, dass du dein Hindernis. Das ist in Ordnung. Gehe ich mal in diesen Raum. Dann mache ich mal da oben. Ich glaube, ich gehe jetzt in den Raum da hoch. Mach dann einfach mal eine Runde und dann erfolgt den Rest. Äh. Hier war Gegengift, oder? Jawoll. Jetzt habe ich eben noch eins. 300 Gold. Ist schon nicht wenig. Und da ich noch mindestens ein Hindernis habe, war ich auch noch auf die Schraufel. Und ich könnte natürlich, sagen wir mal, ähm... Ich glaube, ich mache es so. Ich gehe jetzt da lang. Mach dann hier den U-Turn. Und, ja. Mach ich dann da oben dann die Rast. Gut. Da ich nicht weiß, ob ich da noch eine Schaufel brauche, werde ich die auch nicht wegschmeißen. Und ich kann hier einstecken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da ich eh ein Steak wieder frei habe, umso besser. Viel zu viel eingekauft. Ich sage es nochmal. Aber okay. Okay. Dann ist es hier lang. Oh, sondern da. Hm. Noch eine Beute. Sehr gut. Noch mehr Blut. Ja, das ist immer noch mehr wieder zu trinken. Oh, Boards. Okay. Ich hoffe, ich brauche keine Weizungsschaufel. Eko-Fänik. Und wenn doch, dann halt so einen Raum, wo ich eh nix esse. Gut. Da ist kein Kampf. Kein. Also ich hoffe, dass hier in den Beinen entweder keine Kämpfe sind oder noch besser. Okay. Gold ist immer gut. Das ist kein Licht mehr ist. Ist eher suboptimal, aber könnte schlimmer sein. So. Schöne ist, er hat eine Reichweite. Das ist voll toll. So. Bin jetzt anfangiertet ist. Was er leider nicht ist. Hätte ich übernichten können, bevor ich überhaupt was machen könnte. Naja. Naja. Egal. Egal. Hör auf da mit Boruzinki zu hauen. Das tötet ihm. Na komm mal. Den Knochen-Schläger, wenn es getroffen. Naja. Nicht so wie gedacht, aber es hat getroffen. Die stirbt. Egal. Die stirbt. Egal. Die stirbt. Allein brauchen nicht einsetzen. Ich kann nicht den anderen nicht gerade sind. Der formation ist sehr gut. Ganz recht nicht gut. Überhaupt nicht. Gnade auf den. Und da spielt ein Kollege von mir Resident Evil. Okay. Cool. Das ist übrigens bei mir. Nee. Nee. Bei mir gibt es keine Resident Evil. Das ist ein geiles Spiel. Keine Frage. Aber ich habe so ein Problem mit First Person View. Ich weiß, dass es gefällt mir einfach nicht. Es ist einfach nicht meins. Was ist das? Aber jedes Mal, Schwein. Oh, Schwein gehabt. Oh, Schwein gehabt. Der Titel. Für die sph. Ich brauch nicht mehr. Für die sph. Ich maitiere Lewis hier, ich brauche wahrscheinlich nicht mal das lagerfeuerwitz. Man kann nicht auf einen Mann verholen. Das war. F. zuerst also es ist doch gut also dass das gerade hier ist es gut war ich mal oder sogar ganz viele köpfe die können auch bluten sehr gut kopfarbeit auf ihn aber egal gegen geschnitten dann müssen wir jetzt mal eher auf ihn gehen sammlung zeigen sammlung zeigen das sind ganz schön viele köpfe und viele davon kennen wir sind freunde von mir war klar wusste ich dass das so kommt aber egal naja dass es genau auf alle geht auch herzlich aber ja gut weg ist kopf kopf arbeit nur eine runde ist gut so da meine anderen von anderen aber egal macht sie den richtungsbruch sie braucht dringende gerade so dann fordern und wir setzt sehr gut sehr gut da sind der dran ist tot das ist da sammeln ich habe gewonnen das kann ich nur verlieren die ich jetzt so will zu ich brauch das sage vorher nicht ja ich brauche es doch noch sehr gut sehr gut der stimmt wahrscheinlich wieder sammlung zeigen habe ich mir gedacht wenigstens keinheit sollte nicht eigentlich naja egal dann mache ich es mal direkt platz ich mag die gleiche da ist das muss ich nur noch den kleinen kopf überlegen und dann naja ja passt schon bei ihr das tuten weg bei ihr naja egal sehr schön sogar mit dem crit nice der stress ist fast voll aber gut was gut ist gewonnen und den tratsipoida und den tratsipoida